Herzlich Willkommen zu einem neuen Part von Final Fantasy 7, äh, Final Fantasy 3 war ich natürlich, dann war ich mit meinen Gedanken etwas ganz woanders, ich fand das jetzt mal so cool, dass ich mir gedacht habe, das musst du auf jeden Fall nochmal zeigen, ich wusste ja nicht, dass mich das so aus meiner, äh, dass mich das so vom Hocker reißt, dass ich dann was total komplett Falsches erzähle, das war natürlich nicht der, was ich machen wollte, so wir haben mit ihr geredet, so ein bisschen hier, diese vier Senioren denken doch tatsächlich, dass sie die Krieger aus der Legende sind, okay, wenn wir hier rausgehen, gehen wir raus, äh, ja, okay, gut, das ist eine große Kette, da kommen wir erstmal nicht großartig weiter, also wieder zurück, also im letzten Part hat man gesagt, wir müssen unbedingt irgendwie einen Weg in die, hier in die, äh, in den Gully finden, ist das was Neues, ne, auch nicht, ja, ja, hier ist auch nichts großartiges, ich kann immer mal so ein bisschen ranzoomen, aber momentan habe ich das Gefühl, ich kriege gar nichts mehr vom Spiel geschenkt, warum das so ist, ich weiß es nicht, so, wenn wir dann hier weitergegangen, hier sehen wir irgendwie so ein, es ist verschlossen, ja, was mache ich da? Na, ich will mal da hoch. Hier ist dann gar nichts los, da bin ich wieder beim Anfang. So, wollen wir mal hier versuchen. Ist auch nichts los. Hier ist halt dieser Brunnen, wo ich mich vielleicht, eventuell, später mal heilen darf oder so. Sagt sie mir irgendwie was Wichtiges? Sucht ihr nach dem Kristall? Ne. Also wir wissen schon, dass wir solche Levitas, ähm, geh nochmal hier weg, äh, Schuhe brauchen. Aber ich weiß jetzt auch nicht, wo, ähm, ich direkt jetzt hin muss. Hier blitzt auch nichts auf. Hinten kann ich zwar lang laufen, aber weiter bringen tut mich das auch nicht. Okay, nochmal in dieses Haus, hier füge ich rein, hier finde ich, hat sich jetzt irgendwie was verändert. Achso, jetzt, sorry. Was ist? Was wollten ihr? Wir müssen in die Kanalisation, um Levitas-Schuhe zu finden. Seid ihr verrückt? Da wimmelt es nur so vom Monster und mief ganz furchtbar. Aber wir brauchen die Levitas-Schuhe, um den vierten Kristall... Kristall? Seid ihr die Viehkrieger der Legende? Was, die Viehkrieger? Aber wir sind durch die Auserwählten. Diese Vieh behaupten das auch. Sie wollen in die Kanalisation gehen. Dann werden wir ihnen zuvor kommen. Los, 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 los. Auch wenn die Kanalisation, meine Herren, die Jagd beginnt. Ich werde euch den Weg in die Kanalisation persönlich zeigen. Folgt mir. Ich weiß, dass ich da hin muss. Uh. So, hier ist es. Geht nur gleich hinein. Viel Glück und haltet euch die Nasen zu. Okay, danke. Ich weiß mal hier, vielleicht können wir noch irgendwo hier was abstauben. Also man kann auch einfach hier rumlaufen mit, ähm, natürlich mit Enter drücken. Enter smashen. So, wo war das denn jetzt? Da kann ich auch nicht lang. Da kann ich auch leider nicht lang. Wo war das denn jetzt hier? Irgendwo war das doch hier. Da komme ich her. Gehen wir systematisch jetzt so ein bisschen hier ab. Da lang. Die Kanalisation. Guck mal da. Tote Ratte. Eine Ratte. Und eine kleine Spini und die hässlichen, doofen Frösche wieder. Karpfenkröte. Ach, du bist doch doof. Es reicht's. Ich bin ja auch noch vergiftet. Es reicht. Ich mach die jetzt hier nicht mehr. Und die Spinne steht auf meiner Todesliste ganz, ganz weit oben. Also, Bibi kann mal heilen. Mit einem Antidot. Und er greift die Tarantin an. Ich mein, sie sieht sehr auch aus, ne? Viel lustiger als unsere Spinnen. Das muss doch nicht sein, unbedingt. So, die Karpfenkröte. Hörst du wohl auf damit. Du Kröte, du. Und sie ist weg, Gott sei Dank. Und jetzt alle auf die Spinne einmal drauf. Es reicht. Und wir müssen immer ständig und stetig leveln. Von daher finde ich es gar nicht mal so verkehrt. Und dann haben wir es geschafft. Und wir wollen natürlich auch ein bisschen Money, Money, Money machen. Deswegen, das Buch. Moment kurz. Ach, wir haben jetzt keine Potions mehr, ne? Da müssen wir halt ein bisschen sparsam sein. Ach, Mensch. Erstmal die Karpfenkröte weg. Schön ist es natürlich auch mal bei so einem Spiel. Man kann sich auch mal so ein bisschen zurücklehnen. Nicht wie beispielsweise Fallout oder so, wo man dann ständig wirklich am Rechner sitzen muss. So, jetzt geht's der Spinner an den Hals. Oh, geht's uns an den Hals? Ja, es geht immer. Es geht noch gerade so. Ich glaube, da ist auch nichts. Gehen wir weiter in die Kanalisation. Uh, nicht zu... Na, geht doch mal der Hals. Solche hässlichen Liga haben wir schon wieder. Eine Zwillingsliga ist das. Ja, geht's. So, Bibi zaubert gleich nochmal ein... Nein, zaubert, habe ich gerade gesagt. Und dann... Und zwar auch hierzu. Also es wird natürlich auch von den Kämpfen her ein bisschen anspruchsvoller. Von daher überlege ich halt schon demnächst wieder so einen kleinen... Ja. Ich meine, ihr kriegt das ja im Endeffekt nicht mit. Wenn ich 10 Stunden nochmal rein investiere und so ein bisschen level. Gibt es das eigentlich, hat das Spiel nicht so einen Neustart irgendwie? Also so einen... Manchmal gibt es doch bei diesen ganzen Spielen auch so einen... Wie nennt sich das? Wie schimpft sich das? New Game Plus oder so, wo du die ganzen Levels und so weiter hast. Müsste ich mal googeln vielleicht. Keine Ahnung. Wäre ja mal ganz interessant zu wissen. Jetzt glaube ich gar nichts, oder? Das war's. Das fiel ja. Oh, da hatte ich es schon genommen. Ohne wieder auf den Aufnahmeknopf zu drücken. Manchmal vergesse ich das. Hier waren aber nur Katzenkallen drin. Welche ich aber nicht brauche, da ich ja mit Kokosol kämpfe. Ich muss mir ein bisschen zu teuer Hitboschen zunehmen. Dann laufe ich lieber 10 Mal. Ähm... So. Ist das eigentlich noch irgendwo? Mal mal kurz gucken, wie lange ich noch mit ihm brauche. Nö. Ach, Status bestimmt, oder? Keine Ahnung. Aha, mhm. Ach, die sind in der Schlichter und die gehen gleich wieder hoch vom Mufi. Ja, das waren ja so viele Kämpfe, die ich mit ihm machen musste. So, einmal hier rum. Hilfe, zu Hilfe! Geht weg, nein! Sie stecken in Schwierigkeiten. Wir müssen ihnen beistehen. Und alle toten! Töten! Hallo? Geht zu! Geht zu! Oh, hierzu. Nein, mein Zauberter noch. Das hat mir nicht so ganz geklappt. So, er zaubert noch mal. Aber nur Feuer, das würde er bereichen. Sie macht Vita auf alle. Ach, naja, was soll's. Warte. Sie kann auch Vita mal machen. So, und dann los. Oh, das wird aber knapp. Zwei Mal nicht getroffen wird. Ja. Hallo. Kommen wir auch mal dran? Schade ist Vita eigentlich nicht, dass, ähm, gleich auch mit heilt. Aber 19 kann ich immer noch von Schmerzen teilen. Jetzt greifen alle einmal an. Muss ja aber auch aushalten, ne? Wiedersehen. Jetzt sicherlich einer muss ja noch drauf, ha? Aber wir haben noch nicht genug gekriegt. Sehr gut gezogen. Und dann haben wir schon gesiegt. Schön. Herzlichen Dank. Wir dachten schon, dass unser letztes Stöhntlein geschlagen hätte. Wir hielten uns für die Krieger aus der Legende. Aber das waren wir wohl nicht. Na, das wäre ja dann geklärt. Wir würden euch empfehlen, zu eurer eigenen Seherheit in die Stadt zurückzukehren. Nochmals, vielen Dank. Vielleicht sind wir zu alt für solche Spielchen. Wir werden hierbleiben, uns ausruhen und das Ambiente genießen. Okay. Danke nochmal. Also seid ihr wohl, ihr, ihr wohl die, äh, vier Krieger aus der Legende da? Könntest du recht haben. Da hatte dieser Mann wohl recht. Dritter Schlagen nicht zurecht. Hä? Muss doch mal kurz einmal heilen. Dann geht's weiter. Wir wollen ja, äh, zu Delilah. Da ist doch noch irgendwas. Eine Diamantenglocke. Und ein Eisenhammer. Das sind ja kaum, ne? Ich seh es doch ganz rematlich, was das ist. Kaiserkrallen. Okay, gibt's auch mal feine Sachen. Geh da hoch. Okay, mit der Wächer. Ein Giftdolch. Und ein Kraftarmschutz. Am liebsten nicht mehr, wenn ein Baby das kriegt. Aber sie können es gar nicht tragen. Hä, was ist denn Kraftarmschutz? Nein, nein, nein. Ein Giftdolch. Ist der Beste tatsächlich? Dann nehmen wir den noch mit. Dann haben wir halt immer dieses, äh, Element Gift halt jetzt auch mit bei uns mit dabei. Würde ich gerne mal sehen, ob das auch gleich, äh, so gut so klappt. Oder nicht. Weil hierzu hat jetzt halt den Giftdolch. Das sieht doch cool aus. Und wir ziehen auch schön viel ab, komischerweise. Hör auf damit. Brauche ich eigentlich nur ein Baby so ein bisschen. Da werde ich ja so ein bisschen zu, äh. So. Da hatte ich denn keinen. Hä? Wo ist mein Phoenix wieder? Ja. Meine Phoenix wieder ist weg. Und ich habe sie nicht benutzt. Hä? Hä, wo ist denn meine Phoenix wieder? Also, bevor ich dann da gleich weitergehe, ähm, für euch ist dann ja eh Part Ende. Wollt ich noch kurz einmal nach oben laufen. Oh, nee, hinzu. Jetzt finde ich nicht gut. Das finde ich nicht gut. Das finde ich überhaupt nicht lustig. Mal kurz gucken. Habe ich keine Phoenix wieder mehr? Das wird ja wohl nicht sein, oder? So, dann laufe ich jetzt erstmal mit einem weniger rum. Allerdings erstmal jetzt wieder, äh, zurück, weil ich erstmal wissen will, was jetzt los ist hier mit, äh, Hitsu. Weil es ist ja doch sehr spannend. Ob ich das überhaupt denn schaffe. So, du begleitet mich jetzt kurz mal einmal raus, so ein bisschen aus dem, aus dem, aus dem Ding hier. So, den Kopf machen wir nochmal zusammen. So, ich muss ein bisschen auf eine Acht geben. Das ist echt shit. Na gut, eins, das ist immer nur verschmerzbar. Hallo. Das ist echt doof, weil hierzu kriege ich ja jetzt gar keine, ähm... Naja, beim wichtigen Kampf war er ja gerade noch mit dabei. Das ist mir nicht so ganz tragisch. Oh, es tut mir so leid, dass er da immer noch liegt. So, weiter jetzt. Na. Äh, ich sag erstmal an dieser Stelle, ähm, ich möchte mich erstmal bedanken, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und dann, äh, ich frage, euch bitten, wieder, äh, einzuschalten, wenn's dann weitergeht mit, äh, Final Fantasy 3. Bis dann. Tschüss.